Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aiko. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben und ich habe mich gefragt, wie genau wir hier überhaupt weiterkommen. Denn ich dachte eigentlich, dadurch, dass wir jetzt hier an diese Ebene drankommen, können wir hier auch hochklettern oder so. Aber dieses Gebiet scheint komplett nutzlos zu sein für mich. Also, muss ich hier anscheinend einen anderen Weg finden. So, einmal kurz runter. Warte, kann ich da drauf? Doch, kann ich. Okay, alles gut. Dann kann ich mich ein bisschen schneller bewegen. Frage ist nur, wo wir als nächstes hin müssen. Weil ich glaube nicht, dass wir etwas weiter fortfahren müssen als vorher. Weil, naja, ich denke mal, das bezweifle ich einfach aus dem Grund, weil wir sie dann komplett allein lassen würden. Und dann halt, Moment, ich zeige euch kurz, was ich meine. Ich kann gerade sehr schwer Worte fassen. Auf jeden Fall hätte ich dann Sorge, dass wir einfach zu weit ohne sie abhauen würden. Und ich meine, schaut euch das mal an. Das ist ja ein komplett anderer Weg. Oh nein, ist es gar nicht. Okay, ich nehme alles zurück. Es gibt hier auf jeden Fall Bomben. Die könnten wir mitnehmen. Die Frage ist nur, wofür sind die da, was zu zerstören? Wir müssen dann auf jeden Fall da irgendwas korruptem ausschauen. Ja. Korrupt. Schaut euch mal an, wie kaputt dieses Teil ist. Aber ist es richtig, dass wir da hinten die Bomben hinbringen? Wahrscheinlich, nur wie tragen wir die da hin? Also hier können wir auf jeden Fall eine Bombe zünden. Das ist ja kein Ding. Aber ich kann ja nicht irgendwie rüberwerfen oder so, oder doch. Ups. Naja, also er kann die nicht runter tragen. Ups. Aufheben. So. Ich könnte die so werfen. Okay. Äh, ja gut. Ich habe die Bombe jetzt runtergeworfen. Geil. Ähm. Ich hoffe, die respawnen für den Fall, dass ich zu viele wegwerfe. Ach, das wird schlimm. Ich habe ja jetzt nur noch sechs Bomben. Und was stelle ich mit denen an? Ich werde noch zwei versuchen rüberzuwerfen. Ich bezweifle aber eigentlich, dass es geht. Es könnte klappen. Okay. Tatsächlich könnte es klappen. Och Gottchen. Das wird jetzt so schlimm. Ach. Dammit. So. Haben wir irgendwo eine Möglichkeit, den Room zu reloaden? Ne, leider nicht. Okay. So, wir müssen jetzt die genaue Position finden. Wie wir das rüberwerfen. Ich denke, wir stellen uns einfach... Ah, Moment. Moment. Das muss sogar noch anders gemacht werden. Und ich kann mir relativ gut vorstellen, wie es gemacht werden muss. Man muss die Bombe anzünden und danach erst wegwerfen. Okay, das macht Sinn. So, einen Stick nehmen. Dann den Stick anzünden. Die Bombe anzünden. Äh, ich will die Bombe anzünden. Und dann die Bombe werfen. Nice. Nice, Leute. Wir haben es geschafft. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass sie jetzt rüberkommen kann. Oh, wir haben da eine Brücke geschaffen. Okay. Ich hole erstmal mein Schwert ab, bevor ich hier weitermache. Vielleicht gibt es da dann ein Hebel, wie wir sie runterholen können. Wäre ganz vorteilhaft. Das heißt, hier einmal das Schwert nehmen. Hoppa. Aber es hat alles geklappt. Das freut mich gerade. Also, dass es so simpel war, hätte ich nicht gedacht. So. Und hier muss es doch jetzt bestimmt irgendeinen Weg geben, sie auf die andere Seite zu holen. Hebel oder so. Und die Brücke runterfahren zu lassen. Aber es sieht eher so aus. Achso, was ihr gerade wahrscheinlich auch hören könnt, weswegen ich gerade pausiert habe. Es regnet gerade und es hämmert gerade an meiner Fensterscheibe. Ähm, ja, es sieht eher so aus, als wäre das erst der Endweg für die. Aber wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal, wie die da rüberkommt. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ich Regen so voll beruhigend finde. Also, man kann da einfach sitzen, ganz gemütlich den Regen lauschen. Also, eigentlich finde ich das ein sehr beruhigendes Gefühl. War die Kiste jetzt auf der richtigen Seite? Ich weiß es nicht. Also, hier hätte man die wahrscheinlich nicht runterschubsen können. Weil hier ist ja so ein Teil. Was hier? Hier hätte ich die? Auch nicht. Okay, doch. Hier hätte ich die runterschubsen können, aber es hätte mir auch nichts gebracht. Ähm. Müsste ich dann... Ich gehe mal hier runter. Ich gehe mal hier runter. Wofür ist dann die Chest hier? Ah, okay. Okay, das macht alles Sinn. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. So. Dann da drauf. Und hier ist ein Hebel. Perfekt. Das lässt da jetzt bestimmt die Tür runterfallen. Dammit. Warum nicht? Ach, Mann, oh. Da muss ich noch eins weiter. So, tatsächlich hatte ich gerade... Ich wollte schon mal aufnehmen. Äh. Hatte ich wieder diesen Shadow Bug. Das hier nichts zu erkennen war. Beziehungsweise, dass halt diese Sonnenstrahlen alles verdeckt haben. Äh. Wurde natürlich ganz schnell wieder gefixt. Ich habe dann auch nicht wirklich gespielt, sondern... Halt nur 10 Sekunden angemacht. Und dann habe ich halt gesehen, was los ist. Ähm. Oh Gott. So kann er ja gar nicht schwingen. Achso, muss ich nach hinten? So. Okay. War ein bisschen komischer Schwung. Aber wir schieben einmal... Einmal, Alter. Dammit! Was ist denn heute mit meiner Aussprache, beziehungsweise mit meinen Wortfindungsstörungen los, ey? Echt und nicht zu glauben. Und zu glauben wollte ich schon sagen. Geil. Oh, jetzt haben wir so ein Teil, womit wir die rüberkicken können. Ah, okay. So kommt die rüber. Aber das ist ja immer noch nicht... Vor allem heißt das rüber und nicht rüber. Ähm. Es ist ja immer noch nicht das, was ich tatsächlich will, oder? Dammit, der springt so komisch. Okay. Hat er noch geschafft. Also wir können jetzt hier auf dieses Teil und von dem Teil aus nochmal weiter. Aber dann müssen wir ja diese Hauptbrücke runterfahren lassen. Ähm. Wir waren in der letzten Folge, glaube ich, einmal auf diesem Teil hier drauf. Und das einzige, was wir jetzt machen müssen, ist diese Brücke runterfallen lassen. Nur wie. Wir hatten hier diese Kette. Aber die ist kein Hebel, oder so. Aber wofür ist die dann da? Da müssen wir das runter... Dammit. Auch so zu lenken. Das ist sauschwer, den Analogstick so Millimeter genau. Okay. Man sieht also auf jeden Fall auch keine Stränge oder so, wo angezeigt ist, wie man das macht. Beziehungsweise, wo halt der Knopf dafür ist. Oh, wow. Perfekt. Ich schaue mir das aber auch mal auf eine andere Weise an. Nochmal von oben. Vielleicht kenne ich dann ja irgendwas. Hopp, hopp, hopp. Der Kleine macht sich Mühe. Nur für dieses Mädchen, um sie zu retten. So, hier ist nichts. Warum sollte man hier hochklettern sollen, wenn hier nichts ist? Oh, da ist, by the way, nur ein schöner Ausguck. Nice. So. Ich habe eine Idee. Wir probieren es einfach, Leute. Ich hoffe nur, ich falle jetzt nicht drüber. Deswegen springe ich sofort. Oh, wow. Falsche Richtung. Ja, super. Ich denke tatsächlich, dass man es so probieren könnte. Weil wenn ich von unten springe, habe ich ja theoretisch weniger Kraft. Und wenn ich von oben gegen das Teil springe, müsste es umkippen. Aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich so designt ist. Also in der Theorie funktioniert das. Also ihr könnt ja mal selber versuchen, so eine Klappe zu machen und die von ganz unten zu pushen. Und einmal von ganz oben. Also es ist komplett was anderes nur. Einmal drehen vorher. So. Tatsächlich. Tatsächlich fällt es um. Nice. Dann haben wir ja schon dieses ganze Gebiet gelöst, weil ich ja schon den restlichen Kram gelöst habe. Komm rüber. Perfekt. Dankeschön. So. Dann haben wir ja schon das alles hier gelöst. Ich kann jetzt einfach nur noch straight mit dir durchlaufen. Nice. Das gefällt mir. Geil. So. Ich springe zuerst rüber. Und jetzt du. Komm schon. Das schaffst du. Äh. Hier sind irgendwo Viecher aufgetaucht. Ja. Geil. Ähm. Das sind normale Laufende. Die können gar nicht fliegen. Okay. Dann werde ich auf jeden Fall rüber gehen. Ich meine sie kann ja nicht rüber. Beziehungsweise sie kann schon rüber. Aber äh. Die Viecher können nicht rüber. Deswegen ist es eigentlich ganz smart die da abzustellen. Aber die haben wahrscheinlich auch gedacht, dass ich hier nicht dieses Teil schon geöffnet habe. Ist das schon weg? Okay. Der Schatten ist schon weg. Alles easy Leute. So. Nochmal dahin. Und jetzt musst du rüber kommen. Komm mal rüber. Ist eigentlich ganz einfach. Ist jetzt nur springen. Hoppa. Super gemacht. Okay. Dann einmal diese Tür bitte für mich öffnen. Aber eigentlich könnte er auch sehr egoistisch denken. Wenn er weiß, dass sie halt alle Türen öffnen kann. So. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Endlich wieder in der Festung und nicht mehr außen. Das heißt, wir müssen uns hier jetzt auf jeden Fall umschauen. War ich hier schon mal? War ich hier schon mal? Wir gehen nebenerst den Ausgang, um zu checken, wo genau an welcher Stelle wir uns gerade überhaupt befinden. Das wird jetzt nämlich von wichtiger Bedeutung sein. Ach. Da. Okay. Tatsächlich. Wir müssen jetzt nur noch hier vorne hin. Weil hier ist ja dieser zweite Reflektor-Teil. Oder ist hier noch... Ja, da müssen wir hin. Okay. Dann ist alles gut. Dann ist alles gut, Leute. Wir haben schon den richtigen Weg gewählt. Der andere Weg wird wahrscheinlich erst freigeschaltet, wenn ich das hier wieder offen habe. Oder dass der Weg zurück heilt. So, da hinten. Das ist eigentlich unser eigentliches Ziel. Das heißt, es ist noch ein super weiter Weg bis dahin. Und wir müssen hier ja jetzt noch weitere Rätsel lösen. So ist das ja nicht. Wir müssen da ja schon wieder den Reflektor freischalten. Aber ich denke, eigentlich ist es gar nicht mehr so schwer. Ich meine, wir haben auf der anderen Seite schon den Reflektor freigeschaltet und herausgefunden, wie man diese Teile anzündet und alles. Also, ich denke, es ist wirklich möglich. Wir müssen jetzt nur hier einmal nochmal... Zack. Machen wir die Tür auf. Und ich setze mich kurz vernünftig hin, weil ich sitze hier relativ ungemütlich im Schneidersitz. So, kleine Männchen. Vor allem mein Stuhl quietscht auch noch. Ist hier super schlimm. Okay. So, komm mal mit. En trois, en trois. So, hier haben wir schon wieder genau das gleiche Szenario. Nur umgekehrt anscheinend. Okay. Also haben wir hier wieder einen Teil. Dann werden wir da wieder eine Treppe haben. Genau. Alles gut, alles gut. Das ist ja noch echt easy. Sie möchte nicht nach oben kommen. Egal, dann rufe ich sie, während ich hier rumlaufe. So, wir laufen als erstes hier hoch. Und checken einmal, was hier alles ist. So. Wir haben hier natürlich den Strang wieder. Perfekt. So. Und dann werden wir auf der anderen Seite wahrscheinlich wieder so einen Strang haben. Der wahrscheinlich schon betätigt wurde. Ah, nein. Okay, noch nicht. So, ich rufe sie nur ganz kurz, damit ich Bescheid weiß, dass sie in Ordnung ist. Aua, 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 aua. Jetzt wird es bremslich. Vor allem, wie viele da sind. Holy shit. So, wo bist du? Er trägt sie nach da ganz oben. Oh Gott. Das wird jetzt bremslich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und nicht reingehen. Perfekt. Das läuft ganz gut, weil die hier eigentlich relativ gut eingeschlossen sind, die Gegner. Und die können hier halt nicht sehr viel machen oder großartig ausreichen. Was gerade natürlich nur Vorteile für mich hat. Und das sollte es gewesen sein. Nein, einer kommt noch. Einer möchte noch rumfliegen. Möchtest du auch hier hin? Dankeschön. Oh nein. So. Jetzt sollte es gewesen sein. Schauen wir nochmal, ob das auch verschwindet. Ähm, okay. Noch nicht. Wer ist denn noch da? Tatsächlich ist noch einer da. Deswegen war es doch gut, das nochmal zu beobachten. Damit wir hier gleich in Ruhe rätseln können. Du weißt, dass du da nicht wegkommst, ne? Haha, super. So, jetzt aber. Jetzt sollte das Loch verschwinden. Ja, perfekt. Okay. Dann können wir hier jetzt ein bisschen weiter rätseln. Sie erschreckt sich natürlich, dass ich da erstmal runterspringe. So, und ich wollte auf der anderen Seite erstmal was anschauen, bevor ich hier weitermache. So. Okay. Hier ist der Durchgang tatsächlich noch nicht frei. Aber wir kommen hier auch nach oben. Das heißt, wir machen hier auch nochmal kurz frei. Das ist ja keine große Sache. Hoppa. Hoppa. Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Okay. Und jetzt. Zack. 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 Okay. Wir machen was hier drum einfach. Geht nicht. Das ist halt das Wierde. Ähm. Okay. Da komme ich auf jeden Fall nicht dran. Och, damn it. Perfekt. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß auch gar nicht, warum die das so hoch gemacht haben. Beziehungsweise, dass man da nicht normal mit dem Schwert drankommt. So. Komm mal mit. Oder wo stehst du schon wieder? Okay. Alles gut. Dann können wir erstmal hier rein. Und uns hier erstmal umschauen. So. Ach. Hier haben wir schon wieder dieses Wasserteil. Von letztem Mal. Nice. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich wieder am Rand hochklettern können. Super. Das läuft doch alles wie geschmiert. So. Dann kannst du da hoch. Dann kannst du wahrscheinlich noch eine Stufe höher, bevor du auf den links drauf gehst. Dann kannst du da nicht hoch. Okay. Dann musst du erst hier, dann noch eins höher und dann wieder runterfallen lassen. Alles klar. Oder auch nicht. Oder auch nicht, liebe Freunde. Dann musst du nicht da nach oben weiter. Okay. So. Ich rufe die nur mal kurz in den Raum rein, dass sie hier auch steht. Okay. Möchte sie anscheinend nicht. Das wird natürlich dann bremslich für mich, weil ich nicht weiß, wo genau sie ist. War klar. War klar. Sagt sich doch, Leute. Ach, Mann. Und das nur, weil ich sie gerade nicht in diesen Raum reingeführt habe. Ach Gott, Gott, Gott. Noch bist du draußen. Jetzt komm mal mit. Lass den kurz rauskommen, aber siegen wir den ganz schnell. Vor allem, sie schaut sich das erst mal so an. Was ist denn da passiert? Jetzt kommt er raus. Du zeigst dich endlich, hä? Okay. Das sollte es schon gewesen sein, denke ich. Ja, tatsächlich. Es kommt immer nur einer, wenn ich sie zu lange allein lasse. Deswegen kommst du jetzt einfach mal mit. Wenn du so blöd bist, da rumzulaufen, dann lass dich hier rumlaufen. Okay. Okay. Dann packen wir das doch irgendwie früßig. Okay. Alles gut. Alles gut. Kann ich hier nochmal hoch. Ich weiß ja jetzt, wo der Weg ist, beziehungsweise wo man lang muss. Also ist alles nice. Deswegen geht das auch schneller. Ähm. Wir haben auf jeden Fall letztes Mal ja schon das Ost- oder West-Bornier. Ohne sei verwaschen. West-Bornier. Nur ich weiß halt nicht, wie hier die Map ist. Aber ich glaube, wir haben zuletzt das West-Bornier gemacht. Und jetzt werden wir hier wahrscheinlich wieder einen Reflektor vorfinden. Und den müssen wir dann wiederum nochmal... Ich weiß gar nicht. Vielleicht müssen wir den auch umbauen oder umschieben. Was wir letztes Mal halt nicht machen mussten. Vielleicht ist das jetzt der Rätsel an diesem Teil. Weil ich glaube nicht, dass das wieder so einfach ist, oder? Ich bezweifle es eigentlich, dass es nochmal so einfach ist wie letztes Mal. Dass ich einfach nichts machen muss, wenn der Reflektor schon steht. Also schon in der richtigen Richtung und alles. So, das wage ich nämlich zu bezweifeln gerade. Und dann müssen wir uns hier nur noch fallen lassen, oder? Bestimmt. Ja, perfekt. So, sie chillt da unten natürlich. Und wir können hier wahrscheinlich irgendwo gleich einen Hebel... Nein, wir brauchen eine Bombe. Woher kriegen wir denn jetzt eine Bombe her? Sag mir nicht, ich bin hier unnötig hochgeklettert. Ah, bitte nicht. Nochmal anschauen. Ich muss mir wahrscheinlich dann von oben oder so eine Bombe hier runterwerfen, damit ich eine habe. Aber wir schauen mal kurz auf den Reflektor. Oh, der steht tatsächlich noch nicht so, wie er stehen soll. Das heißt, ich muss nur noch einmal drehen. Okay. Aber hier ist keine. Und ich kriege es mit dem Schwert auch nicht kaputt. Auch nicht mit Gegenspringen. Okay. Dann müssen wir wohl über oder übel nochmal nach unten und schauen uns dann nochmal den anderen Gang an. Uh, Powerslide. Yeah. Er freut sich natürlich. Jetzt hat er einen nassen Hintern. Hallo? Ach, der mit so. Hallöchen. Komm mal mit. Dann schauen wir uns nochmal den anderen Gang an. Und dann würde ich schon mal sagen, Leute. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst doch bitte eine Bewertung da. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr bis jetzt am meisten über Aiko mögt. Beziehungsweise das Spiel. Und Momentchen. Ich will das hier noch zeigen, bevor wir die nächste Folge, äh, bevor wir die Folge aufhören. Um zu schauen, ob hier vielleicht Bomben sein müssen. Okay, hier haben wir einen Stick. Noch eine Couch. Da setzen wir uns noch hin und genießen noch ein wenig die Atmosphäre. Alles klar. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst doch bitte eine Bewertung da. Genau, lasst doch bitte eine Bewertung da. Und haut raus. Und bis demnächst. Ciao.